Die Rolle von Daten im Einstellungsprozess hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Daten können genutzt werden, um Kandidaten zu bewerten, zu bestimmen, welche Kandidaten am besten für eine Stelle geeignet sind, und die Effektivität von Rekrutierungskampagnen zu messen. Die datengesteuerte Personalbeschaffung wird aufgrund ihrer vielen Vorteile immer beliebter. Die Verwendung von Daten ermöglicht es Personalverantwortlichen, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wer eingestellt werden soll, verbessert die Qualität der Einstellungen und reduziert die mit der Personalbeschaffung verbundenen Kosten. Daten sind für den Einstellungsprozess unverzichtbar, denn sie ermöglichen es Arbeitgebern, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wer eingestellt werden soll. Durch die Analyse von Daten früherer Einstellungen können Arbeitgeber herausfinden, welche Qualifikationen für eine bestimmte Stelle am wichtigsten sind, und die Kandidaten dann anhand dieser Kriterien prüfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nur die besten Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, und dass die Zeit und die Ressourcen, die in den Einstellungsprozess investiert werden, gut angelegt sind. Darüber hinaus kann datengestütztes Recruiting dazu beitragen, Voreingenommenheit im Einstellungsprozess zu reduzieren, indem es objektive Beweise für die Qualifikationen eines Kandidaten liefert. Kurz gesagt, datengestützte Rekrutierung ist ein effektiver Weg, die besten verfügbaren Talente zu finden und gleichzeitig die Verschwendung von Aufwand zu minimieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, während des Rekrutierungsprozesses Daten zu sammeln. Ein gängiger Ansatz ist die Verwendung von Bewertungsinstrumenten wie Tests und Umfragen. Mit diesen Tools können Sie die Kandidaten prüfen und diejenigen identifizieren, die am ehesten in einer bestimmten Position erfolgreich sein werden. Ein weiterer Ansatz ist die Nutzung von Daten aus sozialen Medien und anderen Onlinequellen. Diese Daten können Aufschluss über die Interessen, Fähigkeiten und Qualifikationen eines Kandidaten geben. Schließlich können Daten auch durch Interviews mit Referenzen oder früheren Arbeitgebern gesammelt werden. Diese Daten können Arbeitgebern einen besseren Eindruck vom beruflichen Werdegang eines Bewerbers und seinem Erfolgspotenzial für die betreffende Stelle vermitteln. Unabhängig davon, welche Methode Sie zur Datenerfassung verwenden, ist es wichtig, dass Sie Daten verwenden, die für die betreffende Stelle relevant sind. Wenn Sie beispielsweise eine Stelle im Bereich Kundenservice besetzen möchten, wäre es sinnvoll, Daten über den Kundenservice zu sammeln, Fähigkeiten und Erfahrungen. Daten, die für die zu besetzende Stelle nicht relevant sind, wie zum Beispiel Daten über die politischen Ansichten eines Bewerbers, sollten jedoch ignoriert werden. Das Ziel ist es, Daten zu nutzen, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wer eingestellt werden soll, und nicht, Daten um ihrer selbst willen zu nutzen. Richtig eingesetzt, kann datengestütztes Recruiting ein effektiver Weg sein, die besten Talente zu finden. Durch das Screening von Bewerbern anhand von Kriterien, die für die betreffende Stelle relevant sind, können Arbeitgeber sicherstellen, dass nur die besten Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Darüber hinaus kann datengestütztes Recruiting dazu beitragen, Voreingenommenheit im Einstellungsprozess zu reduzieren, indem es objektive Beweise für die Qualifikationen eines Kandidaten liefert. Wenn Sie Ihren Einstellungsprozess verbessern möchten, sollten Sie datengestützte Rekrutierungsmethoden in Betracht ziehen. Sie könnten genau die Antwort sein, die Sie suchen. Daten können Ihnen helfen, die Fähigkeiten und Qualifikationen eines Bewerbers besser einzuschätzen. Daten können Ihnen helfen, Muster bei der Rekrutierung und Einstellung zu erkennen, die auf Voreingenommenheit hindeuten könnten. Daten können Ihnen helfen, die Effektivität Ihres Rekrutierungsprozesses und Ihrer Strategien zu messen. Daten können Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, worauf Sie Ihre Ressourcen bei der Rekrutierung neuer Talente konzentrieren sollten. Einer der Vorteile der Verwendung von Daten bei der Personalbeschaffung besteht darin, dass Sie die Fähigkeiten und Qualifikationen eines Kandidaten besser beurteilen können. Wenn Sie sich Daten über frühere Einstellungen ansehen, bekommen Sie ein Gefühl dafür, was in der Vergangenheit funktioniert hat und welche Qualitäten für die Stelle, die Sie besetzen wollen, am wichtigsten sind. Diese Informationen können dann für die Entwicklung von Screenings verwendet werden und Bewertungsinstrumente, die Ihnen helfen, Kandidaten besser zu beurteilen. Ein weiterer Vorteil der datengesteuerten Rekrutierung ist, dass sie Ihnen helfen kann, Muster in Ihrem Rekrutierungs- und Einstellungsprozess zu erkennen. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass die meisten der für eine bestimmte Stelle eingestellten Personen aus einer bestimmten Region stammen oder einen bestimmten Bildungshintergrund haben, können diese Informationen Ihnen helfen, Ihre Einstellungsbemühungen gezielter zu gestalten. Daten können auch dazu verwendet werden, die Effektivität Ihres Einstellungsverfahrens und Ihrer Strategien zu messen. Indem Sie Daten zu Dingen wie Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen und Einstellungen verfolgen, erhalten Sie ein Gefühl dafür, was gut funktioniert und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Diese Informationen können dann genutzt werden, um Änderungen an Ihren Prozessen vorzunehmen, die Ihnen helfen, die besten Talente anzuziehen und einzustellen. Schließlich können Sie mithilfe von Daten fundiertere Entscheidungen darüber treffen, worauf Sie Ihre Ressourcen bei der Anwerbung neuer Talente konzentrieren sollten. Anhand von Daten über Stellenausschreibungen, Bewerbungs- und Annahmequoten können Sie erkennen, welche Rekrutierungskanäle am effektivsten sind und worauf Sie Ihre Bemühungen konzentrieren sollten. Mit diesen Informationen können Sie Zeit und Geld sparen, da Sie Ihre Rekrutierungsbemühungen gezielter einsetzen können. Datengestütztes Recruiting kann Ihnen helfen, die Fähigkeiten und Qualifikationen eines Bewerbers besser einzuschätzen, Muster bei der Rekrutierung und Einstellung zu erkennen, die auf Voreingenommenheit hindeuten, die Effektivität Ihres Rekrutierungsprozesses und Ihrer Strategien zu messen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, worauf Sie Ihre Ressourcen bei der Rekrutierung neuer Talente konzentrieren sollten. Indem Sie Daten nutzen, um Kandidaten zu bewerten, Muster zu erkennen, die Effektivität zu messen und fundierte Entscheidungen zu treffen, kann datengestütztes Recruiting Ihnen helfen, die Effizienz und Effektivität Ihres Rekruting-Prozesses zu verbessern. Die datengesteuerte Rekrutierung kann sehr effektiv sein, aber sie hat auch ihre Nachteile. Einer der Hauptvorteile der datengesteuerten Rekrutierung ist, dass Sie Ihre Rekrutierungsbemühungen gezielter einsetzen können. Indem Sie Daten zur Identifizierung potenzieller Kandidaten nutzen, können Sie Ihre Energie auf die vielversprechendsten Leads konzentrieren, anstatt Zeit und Ressourcen für diejenigen zu verschwenden, die wahrscheinlich nicht an Ihrem Unternehmen oder Ihrer Stelle interessiert sind. Die datengesteuerte Personalbeschaffung kann jedoch auch zu einigen Problemen führen. Eine der größten Gefahren besteht darin, dass Sie am Ende nur Kandidaten in Betracht ziehen, die einem bestimmten Profil entsprechen, und qualifizierte Personen, die nicht in dieses Profil passen, ignorieren. Dies kann zu einer Organisation führen, die nicht so vielfältig ist wie das sollte es auch sein. Die datengesteuerte Rekrutierung kann auch dazu führen, dass die menschliche Verbindung im Rekrutierungsprozess verloren geht, und es kann schwieriger sein, die Softskills der Kandidaten allein anhand von Daten zu beurteilen. Die Antwort hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Ihrer Situation ab. Wenn Sie nach einer effizienteren Methode suchen, um potenzielle Kandidaten anzusprechen, kann datengestütztes Recruiting eine gute Option sein. Wenn Sie jedoch befürchten, wichtige Faktoren wie Vielfalt oder zwischenmenschliche Fähigkeiten aus den Augen zu verlieren, sollten Sie vielleicht mit Vorsicht vorgehen. Letztendlich können Sie am besten entscheiden, ob datengestütztes Recruiting das Richtige für Sie ist, wenn Sie damit experimentieren und sehen, wie es für Ihr Unternehmen funktioniert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die datengestützte Rekrutierung ein leistungsstarkes Instrument ist, mit dem Sie die Effizienz und Effektivität Ihres Rekrutierungsprozesses verbessern können. Indem Sie Daten nutzen, um Kandidaten zu bewerten, Muster zu erkennen, die Effektivität zu messen und fundierte Entscheidungen treffen, können Sie die besten Talente für Ihr Unternehmen finden.